Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3800 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich glaube nicht, dass ich den Rest des Tages durchhalte. Ich werde wahrscheinlich früher nach Hause gehen. Ich glaube nicht, dass ich den Rest des Tages durchhalte. Ich werde wahrscheinlich früher nach Hause gehen. Ralf macht Pause. Er ruht sich aus und denkt über das bisher Erreichte nach. Technik und Wissenschaft tragen zu unserer Entwicklung bei und erleichtern den Alltag. Wir sind die Moderatoren des heutigen Morgenmagazins im Radio. Wir sind die Moderatoren des heutigen Morgenmagazins im Radio. Ich wusste, du bist zu Hause. Du nimmst sicher das Paket für deinen Nachbarn an. Ich brauche viele Bücher zum Lernen. Das Geld dafür spare ich in einem alten Marmeladenglas. Ich bin Hausarzt und kenne die Familie schon lange. Da ich in der Nähe war, habe ich sofort vorbeigeschaut. Ich bin Architektin und Bauleiterin und für dieses Objekt verantwortlich. Das war schon sehr gut. Aber ich bin sicher, du kannst noch mehr. Es ist Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Heute muss ich noch viele Löcher bohren. Es ist Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Heute muss ich noch viele Löcher bohren. Wir müssen über Ihren Gesundheitszustand sprechen. Weitere Untersuchungen sind notwendig. Schach kann man überall spielen, sogar auf einer Holzbank. Schach kann man überall spielen, sogar auf einer Holzbank. Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen soll. Vielleicht willst du es gar nicht wissen. Die Jury hat mich für den geplanten Historienfilm ausgewählt. Dem Tomatensaft werden zahlreiche positive Wirkungen auf die Gesundheit nachgewählt. Dem Tomatensaft werden zahlreiche positive Wirkungen auf die Gesundheit nachgesagt. Der Vater zeigt seinem Sohn, wie die Gebärdensprache funktioniert. Der Vater zeigt seinem Sohn, wie die Gebärdensprache funktioniert. Der Vater zeigt seinem Sohn, wie die Gebärdensprache funktioniert. Für Notfälle haben wir immer einen Vorrat an haltbaren Lebensmitteln. Für Notfälle haben wir immer einen Vorrat an haltbaren Lebensmitteln. Ich bin verantwortlich für das Online-Shop-Marketing. Du brauchst nicht gleich wegzulaufen, wenn ich dich kritisiere. Du brauchst nicht gleich wegzulaufen, wenn ich dich kritisiere. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Deine Untertitelung des ZDF, 2020